So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, die Nerven liegen blank. Immer jeden Tag kommt irgendwas Neues hinzu. Nur... Pfff... Und deswegen machen wir ein Gewinnspiel, was wir gestern ja schon angekündigt haben, nachdem wir jetzt eine Resladero-Verlosung gemacht haben. Es Dienstag ist, ich schnell irgendein Video hinrotzen muss, machen wir ein Gewinnspiel zu Gierespenst. Ist ein neues Feature. Hier Spenst in Pokémon Go. Viele haben sich ja beschwert, dass man dazu eine Nintendo Switch braucht. Und vor allem, wenn eine Nintendo Switch hat, dass der auch entweder Pokémon Purpur oder Pokémon Karmesin braucht. Dass man dann das irgendwie verbinden muss. Dass man dann eine Postkarte hin übertragen muss nach Karmesin Purpur. Nach fünf Postkarten, also nach fünf Tagen, weil täglich kann man eine da hingeben, kriegt man ja ein goldenes Logmodul, kann dann Münzen sammeln nochmal schön, kann Gierspenst entwickeln, wenn man eins hat, was man ja aus dem Münzbeutel kriegt oder der Münztasche. Und das klingt erstmal alles kompliziert, aber wir haben ausführlich Videos darüber gemacht, wie man Gierspenst bekommt und was man dafür machen muss. Und ja, es ist also möglich, trotzdem, wenn jemand ein goldenes Logmodul hat und das zündet und ihr an diesem Modul mit rumhängt und chillt, dass da Gierspenst spawnen kann für die Leute ohne Switch, ist aber mega selten. Ansonsten müsste man sich's tauschen lassen oder selber eben an eine Münztasche kommen, die man ja nur durch die Connection mit Switch und Pokémon Go kriegt. Wir wollen jetzt ein Gewinnspiel machen, weil viele Leute gesagt haben, sie haben gar keine Möglichkeit. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das ist nicht schlimm, das ist was. Da freuen sich viele Leute. Wir machen immer so fünf Stück in der Verlosung. Diesmal sage ich, wir hauen zehnmal Gierspenst raus an zehn verschiedene Leute. Oder zehn Münzbeutel, Münztaschen. Das liegt an euch. Ihr könnt dann entscheiden, was ihr wollt, was ihr möchtet beziehungsweise könnt ihr das mit dazuschreiben. Denn was müsst ihr überhaupt machen, um zu gewinnen? Ihr wisst, wenn wir Gewinnspiele am Dienstag machen, das läuft immer eine Woche bis Montag, wenn dann Chill mit Ramses ist. Da startet 20 Uhr ein Stream, Chill mit Ramses. Und nach einer Stunde, 21 Uhr, verlosen wir dann im Stream beziehungsweise geben die Gewinner bekannt unter allen, die hier unter dieses Video schreiben. Ihr müsst hier einen Kommentar unter das Video machen. Und dann wird eine Woche gesammelt und 21 Uhr im Stream am Montag wird verlost. Ihr müsst bei der Verlosung selber anwesend sein und Bescheid sagen, wenn ihr gezogen werdet dort im Chat. Das ist wichtig, damit es da keine Probleme gibt. Und was schreibt ihr in euren Kommentar? Erstens brauche ich wie immer euren Usernamen von eurem Account in Pokémon Go. Das ist wichtig, wegen Zuordnen. Schreibt also erstens euren Usernamen unter dieses Video. Zweitens, wie viele Postkarten muss man an Purpur oder Kamesin senden, um das goldene Logmodul zu erhalten? Könnt ihr googeln oder zurückspulen? Ich habe es ja eben gesagt. Da also eine Zahl reinschreiben. Die Richtige am besten, wie viele Postkarten man braucht. Drittens, eine Info darüber, ob ihr Gierspenst gewinnen möchtet oder ob ihr einen Münzbeutel gewinnen möchtet. Der Unterschied ist hierbei, wir verlosen eigentlich Gierspenst. Das heißt, ich würde ein Gierspenst nehmen und auf euren Account tauschen, ein normaler Tausch im Pokémon Go. Also, ihr habt dann ein Gierspenst direkt, weil ihr das gewonnen habt. Alternativ, könntet ihr statt ein einzelnes Gierspenst aber einen Münzbeutel, eine Münztasche nehmen. So hättet ihr, wenn ihr die Münztasche selber habt, könnt ihr die wie Rauch zünden und eine halbe Stunde spazieren gehen, die Tasche anhaben und dann spawnen eine halbe Stunde lang Gierspenst aus eurem Beutel. So habt ihr also da nicht nur einen Gierspenst, sondern ihr habt gleich 30 Gierspenst, wodurch ihr natürlich auch mehr Bonbons von Gierspenst farmen könnt und auch mehr Chancen habt, vielleicht auf ein Hunderter oder selber ein paar übrig habt, die ihr anderen Freunden auch wieder teilen könnt. Klingt vielleicht besser als einen einzelnen Trade, so eine ganze Münztasche zu bekommen. Für die Münztasche müsstet ihr mir aber eure Account-Daten geben, damit ich euren Account bei mir hier habe und mit meiner Nintendo Switch verbinden kann, um euch die rüber zu geben, diese Münztasche. Da gehört Vertrauen dazu, hat vielleicht nicht jeder. Manchen reicht vielleicht einfach der Pokédex-Eintrag erstmal von Gierspenst, aber das ist Punkt Nummer 3, Angabe darüber, ob ihr ein Gierspenst möchtet. Einfach getauscht oder ob ihr einen Münzbeutel auf eurem Account möchtet, wodurch ihr mir aber eure Account-Daten geben müsstet, dass ich das bei mir hier drauf machen kann. Und als Viertes haben wir natürlich noch einen Hashtag und der Hashtag heißt diesmal natürlich Hashtag Gierspenst. Den schreibt ihr als Viertes in euren Kommentar, am besten alle Punkte wieder untereinander und achtet drauf, dass das genauso geschrieben ist, wie hier gerade gezeigt auf dem Zettel. Mehr ist es nicht. Trainername, richtige Antwort auf die Frage, wie viele Postkarten man übertragen muss, um ein goldenes Modul zu erhalten. Eine Info darüber im dritten Punkt, ob ihr eine Münztasche wollt auf euren Account oder es reicht, wenn man euch einen Gierspenst tauscht und den Hashtag vom Gierspenst so angezeigt wie eben. Dann seid ihr Montag da, 21 Uhr, wenn verlost wird. Zehn Gewinner werden gezogen, also das Doppelte vom Resiladero. Ich bin gespannt, wer dabei ist, wer überhaupt mitmacht und was ihr davon haltet und ansonsten würde ich sagen, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.